Hallo, ich bin die Isi. Ich bin heute hier nach Essen zum Herrn Rezek gekommen und zwar hat meine Wegfahrsperre mich blockiert. Ich bin gestern noch verzweifelt beim ADAC tätig gewesen, habe da angerufen, die haben die repariert, einfach nur den Fehler gelöscht. Dann bin ich noch zur Rewe gefahren und da kam ich dann nicht mehr weg. Danke Herrn Rezek fährt das Auto jetzt wieder. Es war super schnell, es war super günstig, kann ich nur weiterempfehlen und jetzt zeige ich euch doch mal wie das Kätzchen wieder schnurrt hier. Ja, das ist auf jeden Fall super. Die Hupe haben sie mir auch noch repariert, die gingen nämlich nie und ich konnte mich nie über nervende Fahrer beschweren. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen, wenn das noch mal passieren sollte und kann euch das nur empfehlen. Top Arbeit, Dankeschön!